Wegen andauernder Doping-Sperre, Juventus Turin löst Vertrag mit Paul Pogba auf. Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat den Kontrakt mit dem französischen Ex-Gewinner der Weltmeisterschaft Paul Pogba wegen dessen Doping-Sperre aufgelöst. Das gab der Klub an dem Freitagabend bekannt. Man habe eine einvernehmliche Vereinbarung erzielt, dasjenige Arbeitspapier, dasjenige solange bis 2026 datiert war, endet dadurch verfrüht an dem 30. November. Unitalienischen Medien hatte Juve angeboten, auf Schadenersatz zu verzichten, so wie der 31-Jährige eine Absetzung bar Entschädigung ja sagen sollte. Schluss Februar hatte dasjenige zuständige italienische Sportgericht Pogba für vier Jahre gesperrt. Um er in dem August 2023 hinter einem Serie A-Wette nebst Juventus und Udinese Calcio einen zu hohen Testosteronwert aufgewiesen hatte. Auch Sibemuster bestätigte dasjenige Ergebnis. Pogba legte gegen sie Abstimmenernennung bei dem Internationalen Sportgerichtshof CAS ein. Dieser reduzierte sie Absperrung schließlich auf 18 Monate. Demnach wäre Pogba in dem kommenden März wie gehört einmal Holpkerendum spielberechtigt. Pogba bestreitet Vorwürfe. Der Gewinner der Weltmeisterschaft von 2018 bestreitet, sich verbotener Kommunikationsträger zu der Leistungssteigerung bedient zu haben. Er gab indes zu, ein Nahrungsergänzungsmittel eingenommen zu haben, auf dessen Beipackzettel auf leistungsfördernde Substanzen hingewiesen wird. Pogba sogar hatte in dem Oktober noch bekundet, weiter für sie Turiner spielen zu wollen. Er sei bereit auf Vermögen zu verzichten, um er zu diesem Verband zurückkehren wolle, sagte er damals der Sport. Ein solches Wiedergeburt dürfte es aber nicht mit höherer Wahrscheinlichkeit geben. Schluss Februar hatte dasjenige zuständige italienische Sportgericht Pogba für vier Jahre gesperrt. Um er in dem August 2023 hinter einem Serie A-Wette nebst Juventus und Udinese Calcio einen zu hohen Testosteronwert aufgewiesen hatte. Auch sie Bemuster bestätigte dasjenige Ergebnis. Pogba legte gegen sie Abstimmenernennung bei dem Internationalen Sportgerichtshof CAS ein, dieser reduzierte sie Absperrung schließlich auf 18 Monate. Nach wäre Pogba in dem kommenden März wie gehabt einmal Holpkerendum spielberechtigt.